Hallo Leute, mein Name ist June und willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es ein Unboxing geben und zwar habe ich Post bekommen von Plants. Wie viele von euch sicherlich mitbekommen haben, war vor einigen Wochen Plants Week und da habe ich mir zwei Pflanzen bestellt. Falls ihr euch wundert, warum das Unboxing erst heute kommt, es liegt schlichtweg daran, dass ich in den letzten Wochen nicht zu Hause war und ich bei Plants nachgefragt habe, ob sie mir das Paket später schicken könnten. Und es hat super funktioniert. Kommen wir einmal nun zu dem Unboxing. Und zwar haben wir hier einmal das Paket. Das werde ich jetzt zusammen mit euch auspacken. Was super praktisch ist, dass man die Kartons einfach so an der Seite öffnen kann. Und wir schauen, wie es drinnen aussieht. So, ich ziehe das einmal raus. So, Zettel brauchen wir nicht. Nein. Fangen wir erstmal mit der Babyplant an. Und zwar habe ich mir für 14,95 Euro eine Anturium Huckeri Variegata bestellt. Das Babyplant natürlich, weil der Platz in meiner Wohnung ist auch nicht unendlich. Und hier seht ihr sie einmal. Sie ist unfassbar trocken. Auf jeden Fall muss ich die einmal gießen. Groß sieht sie natürlich schöner aus. Ich finde, so klein sieht sie eher schon fast krank aus. Aber auf jeden Fall werde ich sie einmal von dem Netz befreien und sie dann frisch eintopfen. Aufgrund meiner Reaktion habt ihr, glaube ich, eben bemerkt, da ist was kaputt gegangen. Und zwar habe ich mir eine Philodendron MacDowell bestellt. Und warum ich gerade so reagiert habe, ist einfach, man sieht es, glaube ich, das Blatt ist kaputt. Und eigentlich ist es das, was die Pflanze ausmacht, dass sie so eine wunderschönen, großen, ich sag mal gepolsterten Blätter hat. Und es sieht einfach so aus, als wäre da eine Katze im Karton gewesen. Und das neue Blatt, was hier rausgekommen ist, ist auch beschädigt. Oh nein. Und das Tripse. Shit. Und nicht schon wieder. Nein, es war zum Glück nur Staub bzw. Erde. Denn die ganze Pflanze ist voll mit Erde. Falls ihr das sehen könnt. Und auf jeden Fall sieht sie aus, als wäre ein Katzenangriff im Karton gewesen. Bzw. als wäre so ein Catfight im Karton gewesen. Hier seht ihr sie einmal. Och Mensch, voll schade. Ich hab mich so gefreut. Oh. Das ist jetzt echt blöd. Ich dachte, oh, wunderschön. Und jetzt darf es. Naja. Ich werde dir auf jeden Fall mal anschreiben und sehen, ob sich da was machen lässt. Aber wahrscheinlich ist es halt auch das Risiko, wenn man Pflanzen online bestellt, dass sie nicht so zerfetzt ankommen. Ich meine, ich wüsste noch nicht mal, wie das passieren soll. Und die Philodendron McDowell hat 54,95 Euro gekostet. Auf jeden Fall, das ist einmal meine neue Philodendron und dann noch hier die kleine Babyplant. So kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Und zwar würde ich euch bitten, ein paar Fragen in die Kommentare zu schreiben. Für ein Q&A. Wobei ich es, glaube ich, T-Tuesday nennen werde. Auf jeden Fall würde ich mich total freuen, wenn ich beim Umtopfen meiner Pflanzen ein paar von euren Fragen beantworten kann. Ich hoffe, dass ihr euch nicht zu sehr an meiner Stimme gestört habt. Und falls euch das Video gefallen hat, habt ihr natürlich die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis bald.